Path of Exile 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 Das geht gar nicht. Oh, ich bin aufgestiegen. Sehr schön. Ah, Moment mal, wenn ich aufgestiegen bin. Ah, halt, komm zurück. Nein, nicht kämpfen, zurückkommen. Hallo? Hallo? So. Ich habe ja etwas in meinem Inventar. Nämlich das Schild. Ich brauche jetzt nur noch 20 Stärke. Wo kriege ich 20 Stärke her, jetzt auf die Schnelle? Ich könnte die hier holen. Wah. Diabolist. Okay. Mana. Ich brauch Mana. Cryomancer. Oh, Achievement. Sehr schön. Ab sofort bin ich Cryomancer. So, Monster. Kommt doch mal hierher. Ich wollte jetzt unbedingt... Gibt es ja noch eine Leiche? Ja. So, ich wollte jetzt unbedingt mal irgendwo Stärke herbekommen. Aber das ist nicht so einfach. Increased Fire brauche ich alles nicht. Brauche ich nicht, 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 nicht. Ja, die einzige Möglichkeit an Stärke zu kommen, tatsächlich, ist mich in dem Baum hier nach da oben zu bewegen. Alles andere hat mit Stärke nichts zu tun. Was auch nicht schlecht ist, wenn ich mich hier oben hin bewege, bewege ich mich ja in Richtung hier. Heart of Ice. Was ich gar nicht so schlecht finden würde. So, mach ich mal. So, apply. Jetzt kann ich... Ja, ich kann das Schild benutzen. So, das Schild weg. Das Schild nehmen wir. So. Jetzt habe ich viel mehr Amor. So, was haben wir hier? Simple Robe. So, okay. Es kann weitergehen. Äh... Was ist denn hier los? Ah, ja. Ja. Was ist das, was ich genommen habe hier? Invasion Rating. Achso. Helm. Naja, whatever. Brutus, wo bist du? Ah. Shavey, jerk. Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Geräusche sind hier echt so übel, als wenn hier überall irgendwelche Käfer krabbeln. Weg mit dem Diabolisten. Weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Oh, oh, oh. Wo ist der Necromant? Wo ist der Necromant? oder Diabolist oder wer auch immer. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Ach, hier geht's echt ab. Fritzl, Fritzl, Fritzl. Ach, da waren schon die Nächsten. Nicht zu knapp. Ich möchte nicht alle Türen auf einmal aufmachen. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Okay, ich würde mal kurz sagen, dass wir eine kleine Pause machen. In dieser Folge schaffen wir nämlich den Rest dieses Levels auf keinen Fall. Schaut mal, wie groß der ist. Und irgendwo hier ist Brutus. Okay. Gut, dann machen wir eine Pause. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Boga. Vielen Dank.